So liebe Freunde und damit ein herzlich willkommen zu Black Ops 4 schon dass ihr einschaltet wir spielen jetzt im Battle Rounds Modus die heisst hier Blackout Wo sind die Kollegen? Ach guck mal der eine war noch da hinten dann gehe ich zu ihnen da ist er Key Jail 88 Ich lande mal direkt hier hin so 93, 92 Gegner leben noch Lagebericht möglicher Kollaps entdeckt es wird der Umzug in die Sicherheitszone empfohlen ok verstärkt benutzen was ist das so 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 wenn so 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 in thing we in Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Gehen wir mal hier lang. Oh, rein ist unser Trupp, ist gestorben. Ah, da steht jemand. Wo sind die? Vorratslieferung unterwegs. Ah, da hinten kommt eine Vorratskasse, glaube ich. Okay. Oh, da hinten ist auch einer. Ah, da habe ich jemand gesehen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, weiter, weiter Okay, ich höre da Schüsse Aber noch keinen Gegner gesehen Oh, was ist das? Oh, das ist gar nicht gut Hier sind sehr viele Gegner Oh, was ist das? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß was, ich bleib hier. Oh shit. Oh, noch 24 Gegner. Oh, ich hoffe, ich habe das. Oh, 21 Gegner noch. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Kreiskollaps steht bevor. Alle Mann in Sicherheit. Okay. Oh shit, yeah, yeah. Okay. Okay. Oh shit, yeah. Alles mitnehmen, alles mitnehmen. Vorratslieferung unterwegs. 3. 5. 6. 7. 11. Achtung, weiterer Kollaps erwartet. Sucht die Sicherheitszone auf. Scheiße, da sind 3 Gegner. Achtung, Vorräte im Anflug. Okay, die kommen. Lagebericht, Kreiskollaps droht in Sicherheit begeben. Ich habe das. Alter, noch 4 Gegner. Das Beste ist aus meiner ersten Runde, hier, bei diesem Modus. Also, ich warte mal, bis das Karte kommt. Hier kleiner wird. Ach du Scheiße, das ganze Truppe hier. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Lagebericht, Kreiskollaps droht in Sicherheit begeben. Oh scheiße, oh scheiße Scheiße, Mann Ah, fast wäre ich erster Fast Ah, Mann Nein, Mann Wäre ich noch in die Ecke gegangen und nachgeladen Und Heilung benutzt, dann hätte ich den fertig gemacht Naja Ah Schade, schade, schade Wir könnten Erster werden Naja Lieber Freunde, ich würde mal sagen Wir machen jetzt mit dieser Folge Schluss Und in der nächsten Folge geht es weiter Schön, dass ihr da wart Und bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020